Hallo, ich bin die Juliana. Ich bin die Wellnessleiterin im Hotel Oberstdorf und ich suche dich. Hallo, ich bin die Vicky. Ich bin die stellvertretende Wellnessleiterin. Und wir suchen eine Wellness-Fee. Genau, du hast richtig gehört. Eine Wellness-Fee. Zu deinen Aufgaben gehören, Gäste zu beraten, zu telefonieren, Termine zu buchen, sich um Gäste zu kümmern und diese tolle Wellness-Oase aufblühen zu lassen. Du möchtest unter der Woche wandern gehen oder balken oder Skifahren? Hey, du, da bist du total richtig bei uns. Wertvollste Arbeitsmaterialien? Bei uns gibt es keine Langeweile. Du bist ein offener Mensch und arbeitest gerne mit unseren zauberhaften Gästen. Haben wir deine Interesse geweckt? Ruf mich an. Oder schick uns eine E-Mail oder ein tolles Video von dir. Gerne zeigen wir dir auch alles vor Ort. Du wirst begeistert sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020